So Moritz Bauer, jetzt ist der zweite Bananenflanker Budensauber, das Teamspiel der Kids war jetzt gerade. Erzähl uns deine Eindrücke einfach. Ich werde ehrlich gesagt noch ein bisschen sprachlos. Ich glaube die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich eigentlich ziemlich emotionslos bin und sehr rational. Und ich bin gerade da hinten auf der Seite ganz allein an der Bande gestanden und habe Trennen in die Augen gehabt. Ich muss auch gestehen, ich weiß vom Spiel gar nicht mehr ganz so viel, weil es einfach ein brutales Erlebnis war, wenn man sieht, welche Plattform die Kids jetzt hier heute hatten und vor so vielen Leuten Fußball spielen. Das ist einfach phänomenal und ich glaube eine Geschichte, die wir alle nicht vergessen werden. Du hast die Plattform angesprochen, die die Kids haben, also das ganze Stadion ist gestanden. Erzähl uns mal aus der Sicht der Kids, du betreust sie ja, ihr habt ständig Training. Wie fiebern die auf diesen Tag hin? Ja, also ist auch eigentlich kaum zu beschreiben. Das glaube ich, kann sich von uns fast keiner vorstellen. Von den ersten Kindern habe ich schon vor drei Monaten gehört, hey, Budenzauber, spiel mal wieder. Ich habe von Kindern gehört oder Profis gehört, die sind heute um sechs in der Früh aufgestanden, weil es gewusst haben, hey, Fußball ist. Manche haben die Nacht kaum geschlafen, die haben gestern ihre Sporttasche schon packt, obwohl es um drei Treffpunkt war. Also da merkt man, die sind wahnsinnig aufgeregt. Die haben eine riesige Vorfreude, hier ihr Können zu zeigen. Und ja, auch da wieder, das ist einfach, ich bin sprachlos, wirklich. Man sieht ja jetzt hier auch im Stadion, das Thema Fußball kennt keine Grenzen, das ich euch gesetzt habe. Das ist definitiv angekommen. Ich bin mir sicher, du wirst bald hören, wann ist der nächste Bananenflagge Budenzauber Nummer drei. Gibt es da in diese Richtung schon Pläne? Es gibt selbstverständlich in die Richtung Pläne. Wir haben da aber noch ein paar Sachen in petto, die wir jetzt noch nicht verraten können. Deswegen darf ich nicht so viel dazu sagen. Aber es wird im Sommer auch wieder ein Legendenspiel geben, wo auch unsere Profis wieder mit am Start sind. Und ich glaube, es können sich alle auf nächstes Jahr schon freuen, wenn wir uns alle wiedersehen, hoffentlich. Du hast das Legendenspiel angesprochen. Was ist beim Team Bananenflagge mit den Kids noch so geplant jetzt in nächster Zeit? Gibt es da auch? Es gibt ja so viele neue Standorte, eine Weiterentwicklung, über die wir schon sprechen dürfen. Ja, absolut. Da dürfen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Das Ziel ist ja, dass wir die Bananenflagge deutschlandweit hinaustragen. Es gibt aktuell 18 Standorte deutschlandweit. Es sind schon wieder zwei in der Gründung. Das heißt, da kommen eigentlich dauernd auch neue dazu. Wir haben seit fünf Jahren jetzt fast einen Bundesverband mittlerweile, der so ein bisschen übergeordnet ist. Und jetzt auf Regensburg bezogen. Wir sind gerade noch in der Wintersaison. Das heißt, wir trainieren in der Halle und werden dann im April wieder richtig loslegen. Da geht dann draußen das Training wieder los, wöchentliches Training. Wir haben dann auch ganz schnell unseren Medientag, an dem wir die Teams präsentieren. Und ja, dann stehen unsere drei Spieltage natürlich auf dem Programm, wo wir wieder mit unserem Sockerquart rausgehen und auf möglichst viele Zuschauer hoffen. Erklär uns mal ein bisschen mehr zu den Spieltagen. Wie ist da der Modus? Wie wird das durchgeführt? Weil die Kids trainieren ja nicht umsonst. Ja, ganz genau. Die Kids trainieren nicht umsonst. Bei uns trainieren erstmal, das muss ich mal dazu sagen, alle Profis miteinander. Wir haben im WM-Training keine festen Mannschaften. Die gibt es aber dann an den Spieltagen. Wir haben insgesamt fünf Teams. Das sind die Reds, die Blues, die Whites, die Yellows, die Oranges zum Beispiel. Das heißt, das sind die Farben. Diese Farben haben die Trikots auch. Und die spielen in einem klassischen Liga-Modus erstmal gegeneinander. Und am letzten Spieltag, das ist so der Highlight-Spieltag am Neufahrplatz immer, traditionellerweise mittlerweile, wird dann die Meisterschaft ausgespielt in einem Playoff-Modus. Mit Viertelfinale, Halbfinale und dem großen Finale dann letztendlich. Also ich bin mir sicher, dann können die Zuschauer heute und auch in der nächsten Zeit definitiv auf das Team Bananenflagge setzen und sich auf die nächsten Projekte freuen. Moritz Bauer, vielen Dank für das Interview und auch jetzt geht es ja weiter mit den K.O.-Spielen. Genau. Herzlichen Dank auch. Ganz herzlichen Dank auch nochmal an alle, an dieses ganze Team, das hier außenrum dabei ist und diese Veranstaltung heute möglich macht. Ich glaube, man kann sich fast nicht vorstellen, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Vielen Dank, dass Sie diese Veranstaltung möglich machen und unseren Kids die Bühne gegeben haben. Wir danken auch. Vielen Dank. Danke dir.